Hi und herzlich willkommen auf Ringers Backwelt. Heute gibt es einen frischen und leckeren Bauernsalat. Und dafür nehme ich 7 Bauerngurken, 2 bis 3 Möhren, eine Handvoll frischen Dill, etwas Zitronensaft, 100 Gramm Creme Fraiche, 150 Gramm Joghurt, eine Knoblauchzehe, 2 Teelöffel Honig, Salz und Pfeffer. So, die Gurken sind schon gewaschen. Und jetzt hobel ich jeweils eine Gurke mit einem Schäler der Länge nach in dünne Scheiben. Drücke sie gut aus und gebe sie in eine Schale. Die Möhrchen schäde ich zuerst und hobel sie ebenfalls in dünne Scheiben. Und jetzt hacke ich den Dill fein. Die restlichen Zutaten, also den Joghurt, Creme Fraiche, Honig, etwas Zitronensaft, die Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer verrühre ich zu einem cremigen Dressing. Das Dressing gebe ich dann über den Salat und vermenge alles gut miteinander. Zum Schluss eventuell mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Und dann sage ich nur noch guten Appetit. Blitzschnell gezaubert und total lecker. Probiert diesen Bauernsalat mal aus. Und jetzt sage ich nur noch tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.